Wir sehen uns beim nächsten Mal. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen hier an heute der Sächse-Skifffahrts-Gefahrtsgesellschaft der Grunsten und ältesten Schallberat am Verbruchte der Welt. Sie haben versucht die Fahrt nach Osten-Pöde zu gehen. Während der Fahrt zur Schloss- und Parkanlageböde, möchte ich Ihnen gerne mehrere Informationen geben. Die Fahrt nach Osten-Pöde 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 So algún bar Die Erfinder der Zahnpasta, die Familie von Mainland Die Erfinder der Zahnpasta 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 Vor dieses Gebäude schiebt sich die sehr moderne Gemälde. Aus den Rechten sehen wir im Hintergrund die Sandstreinkuppel der Frauenkirche, welche in den 90er Jahren wieder aufgebaut wurde und seit der Eröffnung im Oktober 2005 ein weltweites Obwohl für Kriegen und Versöhnung ist. Es wurden die Hausmannsbrunnen des Wettschlosses mit der goldenen Deckerfahrt. Die Hausmannsbrunnen des Wettschlosses sind die 5.9.2, am Rollstuhl-Fizzer. Das ist eine Frau, Melanie, der hat gesagt, ich habe Melanie gewusst, Frau Eckert ist sogar lieb, der Schmerzgericht, der das war, der Teile sind, der andere Tag ist mit dieser Anlage und hat die Mülltonne vorgeschrieben. Und die Prozenanensammlung zum Museumsbesuche. Das ehemalige Ofengeerbe, die heutige Semperoper, ist ebenso nur ein Herzenstatt. Das ist ein Schmerzgericht, das ist ein Schmerzgericht, das ist ein Schmerzgericht. Das war auf Zitronenpresse, das Haus insektiert und Glieditur und das Mittelsteindehaushil schließen sich an. Let's look at a large city hall next to us, the real stars in the 18th century.